hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von bella italia und heute sind wir in pisa und das hat der liebe blue fire gemacht und wie man vielleicht noch im hintergrund sieht das könnte ein kleines tutorial sein wer nicht weiß wie man rund baut aber jetzt stelle ich mal kurz noch mal kurz hallo ja hey leute freut mich dass wir wieder dabei sein und zuschauen könnt ja genau richtig wie du schon erwähnt hast ist dieses video gleichzeitig auch quasi ein tutorial wie man halt am besten rund baut hatte ich am anfang auch meine schwierigkeiten und hatte natürlich mit mit haro ein bisschen starthilfe tatsächlich und ja genau und hier sieht man schon direkt das ist der perfekte kreis eigentlich ja du hast du hast wirklich den perfekten kreis erwischt das ist unfassbar wie oft ich da ich brauche da so unglaublich viele anläufe um das so rund zu bauen wie du es gerade gemacht hast und beim ersten versuch was natürlich auch eigentlich ganz gut ist weil sonst hätte es glaube ich noch mehr stunden gedauert für den turm genau wir bauen jetzt hier den pisa den schiefen turm vom pisa das eigentliche wahrzeichen von pisa ansonsten ist ein pisa eigentlich nichts was nennen es werden fläche ja genau aus der grünfläche gut die kathedrale halt noch daneben die natürlich auch noch irgendwann kommt aber ja hier geht es erstmal nur um den pisa und ja jetzt bräuchte erstmal hier das gerüst zusammen sage ich mal jetzt natürlich erstmal gucken welche teile passen am besten da rein das war ich schwierig damit damit den kreis also den 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 boden genau war ich schon sehr knifflig genau das problem war halt auch daran hier sieht man hat man kurz gesehen ich habe halt versuch ich oder ich wollte die achterbahn durch den pisa fahren lassen ja und am ende habe ich mich dann doch entschieden es nicht zu machen weil es einfach keine fünf die teile gab wie ich den innenraum halt vernünftig dann schließen könnte ja und ja hier sieht man kurz mal welche welche achterbahn ich da eventuell nehmen würde ja aber es ist ja ist ja der bereich ist ja nicht nur pisa was 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 brauchst du denn auch so schön genau richtig also im endeffekt ist es das ganze gelände hauptsächlich wo der pisa turm draufsteht es ist viel grünfläche unter anderem aber auch mit einer mauer durchzogen beziehungsweise ja doch eigentlich durchzogen durch die mauer ohne kathedrale noch drin ist eine kuppel und ein reihenhaus was ich aber nicht komplett baue weil das sprengt dann komplett jeden rahmen weil er über das ganze über die ganze mauer da lang geht der kathedrale ist ja ist ja dann von florenz ne kathedrale von florenz ja später nee das ist auch von pisa also du willst du willst du brauchst jetzt rein pisa richtig also florenz lasse ich komplett raus ich werde nur pisa bauen grundsätzlich weil die fläche wäre mir dann doch zu klein und und da noch mal was für flogen da stimmt also eine riesen kathedrale von florenz oder ich könnte noch mal gucken ich habe mir florenz so jetzt noch nicht angeguckt aber ich könnte noch mal gucken was florenz so hat eine eine statue oder irgendwas klar ist was ich dann auch mit reinbauen kann oder so ja das könnte ich noch mal doch doch das könnte es vielleicht machen weil es ja pisa florenz haben wir da auf der toskana dann halt ja das ist schon ist schon richtig oder ich mache irgendwas vielleicht strand mäßiges florenz mäßiges oder so muss man ja wenn ich die kathedrale mal gebaut habe die ist ja auch nicht gerade klein und da muss ich erst mal schauen wie ich mit dem platz hinkomme lässt du die achterbahn durchfahren wahrscheinlich nicht weil sonst müsste ich die kathedrale komplett von innen auch ausbauen ja alles bauen und die kathedrale von innen ist natürlich sehr sehr aufwendig und das problem ist weil wie es der pack ist ja schon am lecken sondern das ist ja leider ja leider ja aber ja die kathedrale werde ich ich werde die achterbahn außerhalb der kathedrale noch fertig stellen im moment im moment fährt sie halt durch aber das werde ich noch ändern aber das kommt irgendwann noch im moment bin ich am reihenhaus noch dran das ist auch schon so gut wie fertig und dann geht es los mit der kathedrale tatsächlich und ja genau und jetzt fangen wir das äußere an ja genau jetzt kommen die ganzen säulen die außen rum zu sehen sind von pisa und tatsächlich der vorteil von pisa war dass die etaten alle zum glück gleich aussehen gleich aussehen ja aber aber hier das war wirklich sehr sehr schmerzhaft diese ganzen teile versuchen das ist halt auch planet course an hier gibt es wirklich so wenig teile die du benutzen kannst die eine gewisse große haben weil du willst ja nicht überdimensioniert bauen du willst ja schon so ein bisschen normal bleiben sage ich mal weil sonst hat das alles aus in riesige objekte und da aber da muss ich bleiben kosten beim zweiten teil auf jeden fall stark stark verbessern was das angeht hier sieht man jetzt zum beispiel ja ich ja ich kann mich erinnern ja ich kann mich erinnern das war eine katastrophe das war echt nicht einfach und ja mühe aber ich muss ja dass das ergebnis das hat auf jeden fall riesenpotenzial ja definitiv deswegen es war es war halt sehr sehr anstrengend auf jeden fall aber ja man sieht es ja ja auf jeden fall ja was wolltest du erzählen ich habe dich gerade auch noch brauchen ne ist nicht schlimm eigentlich im endeffekt dasselbe wie du jetzt auch dass das halt sehr mühselig war alles jetzt habe ich hier natürlich die zweite etage oben drauf gemacht um zu gucken wie kriege ich diesen bogen dahin am besten muss ich wirklich alle teile oder muss ich fünf sechs teile nehmen pro pro seite oder ne dass das so alles ein bisschen angepasst ist es war auch das war halt auch schwierigkeit ist halt dass du auch da in dem bogen noch halt rund bauen musstest ne genau sehr viel anpassung ja ja genau richtig es war ja nicht nur der bogen an sich der rund sein musste sondern auch der pisa an sich war ja auch rund und die teile ja ja wie gesagt vorhin schon gesagt die teile bei planet corsa sind halt alle ein bisschen naja ich hoffe da kommt noch was und tun auch was dagegen aber wissen es nicht müssen wir schauen ja aber das schöne ist jetzt halt das muss kannst du an dem pisa einfach nur hoch kopieren das ist ja das war ich das das war ich das schöne dabei ja tatsächlich und ja ich bin auch nicht der typ der wirklich so sagt ja das habe ich super toll gemacht aber ich bin wirklich 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 sehr sehr stolz auf mein pisa ein bisschen kannst du auch sein ja also schweiß ohne ende aber man sieht es auf jeden fall ja wie soll ich sagen die schönheit des objekts oder die original oder das original kommt dem sehr sehr nah sag ich mal so ja also zu 90 prozent würde ich sagen ja würde ich würde ich schon sagen das ist es wirklich sehr original getreu klar der boden ist am ende auch nicht da drinnen wie der jetzt wirklich in pisa auch zu sehen ist ja aber die treppe fehlt ja genau das ist halt alles ein bisschen schwierig auch im planet genau hier sieht man dann die spitze die noch da drauf kommt und die ist halt gerade oben der pisa an sich ist ja schief aber oben die spitze ist gerade ja ja ich sehe wir kommen schon zum ende tatsächlich ja ja im nächsten part das wusste ich vorher noch gar nicht dass der pisa sich ein glockenturm hat das wusste ich tatsächlich nicht ja ja der hat ein glockenturm und die touristen also man kann als tourist oben an spitz drauf gehen ja das das habe ich dann erst nach hinein dann gesehen aber ja das kommt dann im nächsten part ja genau der glockenturm kommt im nächsten part und wer nicht warten kann der pisa-turm ist tatsächlich schon fertig im steam workshop natürlich ist auch unten in der video beschreibung verlinkt und wir sehen uns im nächsten part in aller frische was gut und